Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem Aeon Production Kanal. Und in diesem Video geht es um Licht, um Softboxen. Und zwar sage ich ja immer, Licht ist erstmal das Wichtigste. Bevor ein Bild im Objektiv, auf dem Sensor oder sonst was entstehen kann, brauchen wir erstmal Licht im Raum und damit müssen wir arbeiten können. Und wenn man sich nicht nur aufs Tageslicht verlassen will, was draußen so scheint, dann kann man sich Tageslicht auch kaufen, in sogenannten Softboxen, in Tageslichtlampen. Und da habe ich jetzt zweimal bestellt und möchte einfach mal so ein bisschen die beiden gegenüberstellen, euch so ein bisschen zeigen, zu was ich in welchem Fall tendieren würde. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal hier kurz nach hinten. Denn meine Softboxen, die ich hier in der Studiotour schon mal gezeigt habe, die verlinke ich euch hier auch nochmal, die Studiotour, die sind einfach schon sehr, sehr alt. Und dementsprechend ist das kein Referenzwert mehr, was so auf Amazon aktuell zu haben ist. Aber jetzt zwei Softboxen, die gerade auf Amazon zu haben sind und die ich dementsprechend auch unten verlinken werde. Zum einen ist das die Newer, Newer wie auch immer Softbox, die hier mit vor allem als Kennzeichen fünf Lampen, manchmal auch mit vier oder wie auch immer, also mehreren Lampen zu haben ist, die man hier hinten dann auch individuell ansteuern kann. Dementsprechend ist die Lampe sozusagen auch dimmbar. Also man kann hier die Lampe auch dimmen, indem man die einzelnen Schalter dann auch anschaltet. Man hat hier die Möglichkeit, das Ganze mit einem Kaltgerätekabel sozusagen anzuschließen, was ich auch sehr cool finde. Das Ganze ist sozusagen etwas modularer. Was der Nachteil ganz offensichtlich an dieser Lampe ist, ist, dass sie extrem viel mehr Zeit braucht, sie aufzubauen als vergleichbare Softboxen. Dadurch, dass wir hier fünf Lampen haben, die wir reinschrauben müssen, dauert allein das schon viel länger. Dann müssen die fünf Lampen auch noch irgendwie ordentlich transportiert werden. Hier hinten ist es so, dass wir die Softbox nicht aufklappen wie ein Regenschirm, wie das bei vielen ist, einfach so reinklappen, sondern wir müssen hier die einzelnen Stecken sozusagen hier reinstecken, dann das Ganze hier verschließen und so weiter. Und dementsprechend ist das Ganze hier etwas schwieriger aufzubauen und auch nicht so qualitativ hochwertig wie beim Konkurrenten, der natürlich auch ein bisschen teurer ist, den ich hier stehen habe. Und das ist von Valimax. Und von Valimax habe ich euch mal schon mal meine Superlampe vorgestellt. Das Video verlinke ich hier auch nochmal. Die 120 Watt, glaube ich, sind das. Lampe, Tageslichtlampe, die ich eigentlich immer verwende und die auch gerade in den Softboxen nach vorne drin ist. Aber in dieser Lampe wird das dann schon fast knapp. Ich habe die hier mal reingesetzt, also jetzt nicht, aber ich habe sie mal reingesetzt. Und dann ging es wirklich bis hier vorne dran, die große Lampe. Aber ich fand das einfach sehr, sehr cool. Es wurde auch nicht zu heiß. Das ist jetzt keine Empfehlung von mir, dass ihr das machen solltet und fackelt euch die Bude ab, was weiß ich was. Ich habe es getestet. Ich habe immer wieder den Wecker auf 5 Minuten gestellt und herausgefunden, wird es hier vorne zu warm oder nicht? Und es hat funktioniert. Das heißt, diese Lampe verwende ich jetzt, diese Softbox verwende ich jetzt mit der großen Valimax-Lampe und nicht mit der, die hier mitgeliefert ist, weil es einfach ein bisschen zu wenig Energie liefert. Ansonsten ist die hier viel schneller auf- und abgebaut. Ich kann sie ja gerade mal abbauen. Das geht wirklich ruckzuck. Hier einmal das Ding weg und dann hier Lampe rausschrauben. Nur eine Lampe im Vergleich zu 5 Lampen. Und dann hier so zusammen machen. Und das ist natürlich wesentlich, wesentlich einfacher. Trotzdem muss man fairerweise sagen, dass diese Lampe hier wesentlich besser auch verarbeitet ist. Also das merkt man hier an den ganzen Nähten und so weiter, an dem Diffusor, der vorne drauf ist. Das heißt, die Lampe hier ist viel, viel besser verarbeitet und auch das Stativ hier ist viel besser verarbeitet. Als der Konkurrent hier drüben. Dementsprechend, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, unabhängig vom Preis, welche Lampe, dann würde ich auf jeden Fall zu dieser hier tendieren. Mir aber für diese ganz wichtig, noch die große Lampe dazu holen. Also die große Tageslichtlampe würde ich hier noch einbauen, den großen Lichtkegel, weil es einfach hier so wenig Power ist mit der Standardlampe, die hier mitgeliefert ist. Ja, das reicht vielleicht für ein ganz, ganz kleines Setup, wenn man nur irgendwie oben den Kopf ausleuchten will mit zwei Lampen, dann funktioniert das vielleicht. Aber wenn man ein ganzes Szenario, eine größere Szene, wie auch immer ausleuchten will, einen halben Raum ausleuchten will, ein Interview mit mehreren Leuten, dann kommt man hier mit der Standardlampe auf jeden Fall an seine Grenzen. Und dementsprechend ist diese Lampe mit der anderen Lampe zweimal, dreimal so teuer wie die Lampe hier drüben, die natürlich mit unterschiedlichen kleinen Lampen aber natürlich wesentlich, wesentlich anstrengender ist, aufzubauen, mitzunehmen, wie auch immer. Jetzt komme ich mal zum Fazit. Also wir benutzen diese Lampe beim Kunden. Also wenn ich zum Kunden rausfahre, dann muss das ruckzuck gehen, dann muss der ruckzuck aufgebaut sein, dann muss das Stativ toll sein. Das hier geht zum Beispiel auch nochmal viel höher, also es geht hier einfach bis an die Decke. Ich kann sie gar nicht komplett ausfahren, hier das Stativ. Das Stativ und auch die Lampe vorne ist super eingepackt. Also ich kann es einfach in die Hülle packen, super mitnehmen und so weiter. Also das hier ist sozusagen die etwas kleinere Variante ja auch. Also wenn man es hier nebeneinander stellt, sieht man auch, das ist ein ganzes Stück kleiner und dementsprechend kann man es auch viel, viel besser einfach mitnehmen, aufbauen und so weiter. Also das hier, die Variante für alle, die nicht ihre Lampe fix stationär irgendwo stehen haben, sondern damit tatsächlich auch zum Kunden fahren wollen, die auf- und abgebaut werden kann. Und da natürlich auch ganz wichtig, die höhere Qualität. Bei dem Ding ist es so, das ist schwerer, schwieriger aufzubauen und so weiter, aber wesentlich preiswerter. Und sagen wir mal so, wenn das Ding steht, dann ist es mit den fünf Lampen auch heller, als wenn ich hier die große Lampe drin habe. Und wesentlich günstiger. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheiden muss, dass ich einen Studioraum habe und den statte ich jetzt aus mit Licht und so weiter und ich nehme immer nur in diesem einen Raum auf und eigentlich muss ich das Ding gar nicht auf- und abbauen, ich stelle es einfach in die Ecke und fertig ist, dann würde ich auf jeden Fall zu dieser Lampe hier tendieren, wenn ich nicht so viel Kohle zur Verfügung stellen will. Die ist dann einmal vielleicht in drei Minuten, fünf Minuten aufgebaut, ist ja auch egal. Und dann kann sie einfach in dem Zimmer stehen und ich kann sie mir immer hier von der Lichthelligkeit sogar einstellen und so weiter und sie ist, wie gesagt, wesentlich günstiger. Das jetzt hier von den Softboxen. Ich stelle sie hier nochmal nebeneinander. Ich wollte einfach mal zwei bestellen bei Amazon, einfach um euch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu begeben, was würde ich kaufen. Das wären die beiden. Für die habe ich mich entschieden. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Für die beiden hätte ich mich jetzt entschieden. Und wie gesagt, sie haben meiner Meinung nach einen ganz unterschiedlichen Einsatzbereich, ein ganz unterschiedliches Fazit. Das hier, um zum Kunden zu fahren. Das hier, um es einem im Home-Studio günstig und flexibel sozusagen zu machen. Das war es jetzt hier mit diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und check auf jeden Fall die einzelnen Links in der Beschreibung ab, falls du dir eine von den Softboxen zulegen willst. Die sind meistens dann im Doppelpack unterwegs. Check einfach die Links auf Amazon. Genau, dementsprechend verabschiede ich mich jetzt hier von dem Video. Ich hoffe, du abonnierst den Channel und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.